Roomtour, ja komm, ich zeig euch mal ganz kurz ein bisschen was Also, groß Roomtour kann ich machen, ich muss ein bisschen auffassen, dass ihr hier nicht irgendwelche Dinge seht, die ihr nicht sehen dürft Hier, Bett Das ist das King-Sized-Bett, Alter, ohne Scheiß Bei Benni im Gästezimmer ist halt leider echt eine richtige Scheiß-Matratze Ich will mich auch nicht beschweren, aber die Matratze ist echt kacke und das Bett hier, das ist Premium, Alter, das ist so Premium Ich liebe es Ja, hier, das ist der Jacuzzi Warte, ich film das mal von hier Also, das ist quasi so ein, ja, wie so ein Fenster Ja, hier das Waschbecken und der Dusche und da geht so ein Jacuzzi durch Ja, da ist das Klo Und Tresor, den ich nicht benutze Bisschen Dreckwäsche Alter, die haben mein Essen ja immer noch nicht abgeholt, Mann Das ist Service hier, das ist überhaupt kein Service, die holen einfach nicht mein Essen an Ja, hier, kannst du mich daran erinnern Ah ja, stimmt, ja Hier ist nochmal hier für den heutigen Abend Ach du Scheiße Ach du Scheiße Ich bin mir Tricken, Alter Ich bin mir Tricken, Alter Ich bin mir Tricken, Alter Ich liebe dich, ich liebe dich Ich liebe dich Ja, hier, hier, ich bin mir Tricken Ja, ich bin mir Tricky Ich bin mir Tricks 1, 2, 3, go! Sexy Lady! Sexy behind! Sexy! Der ist richtig drin, Junge! Ach du Scheiße! Ich hab's gefeiert! Nein, 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 nein! Ja, 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 geh vor deinem Rücken! Die soll auch für mich abzutasten! Oh, 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 oh! Der Augeband! Kommt so! So fliegt hier! I'm falling! I'm falling! I'm falling! I'm falling! I'm falling! Hey! Er sagt slow, die! Let's go! Do you know him? No, he's gonna fight bigger! Do you but go after FNAB? Unde? Okay, go after FNAB? One at a time Yeah That's my design That's my design That's my design I still need to know I can't 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 Hey 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 Hello Yeah, it's my friend Hey, hey Let's go Hey Das ist der Möbel! Das ist der, das ist der Möbel! Das ist der Möbel! Januszka! 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 Let's say come on! Jedenkneure! Jeder hat einen, drei, zwei, drei Drei! Ich kann es nicht! Ich kenne die Bögel! Ich kenne die Bögel! Ich kenne den Bögel! Ich kenne die Stee updates! Ich kenne dich, ich kenne dich! Was sind wir sehr? Ich mag dich! Sie sind sehr sympathisch! Gute Leute! Und ich will seine Alte mal ballern! Aber das ist Nebensack! Und ich will seine Alte mal ballern! Sie hat gefragt, was ich da mache! Ich hab gesagt, ich live streame! Ich hab's gesagt, why? Ich hab gesagt, for money! Ich hab's gesagt, 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 ich hab's Das ist doch vollkommen okay mit der Spule. Ihr dürft nichts gegen Leute haben, die eine andere Lebensweise haben als ihr. Das ist doch vollkommen okay mit der Spule. Ich bin jetzt nicht schwul, aber es ist wirklich Spaß zu sagen. Das ist doch vollkommen okay. Ah ja. Wir sind allein. Wir brauchen auch mehr, okay? Los! 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 Was ist das für eine Scheiße? Was ist das für eine Mentholkacke? 5.000! 10.000! Wir machen 3.000! 5.000! Du bist eine Barlady! Ich will dich! Wir wollen dich! Wir sind gay! Wir sind gay! 10.000! 10.000 ist okay? 10.000! 10.000! Es ist okay! Let's go! Wo ist die Maria? Maria! Wo ist die Mexikaner? Stimmt, wo ist sie? Maria! Maria! Maria Mexikaner! Nein, nein, nein! Sie ist hier! Ja, hier! Maria! Sie ist schon belegt! Sie ist schon belegt! Sie ist schon belegt! Sie ist belegt! Sie ist belegt! Da passt nur einer rein! Da passt nur einer rein! Wo ist die Brücke? Wo ist die Brücke? Das ist großartig! Es ist wie ein Porn-Site? Nein, nein, nein! Okay! Es ist Spiel! Ah, okay! Es ist Spiel! Aber wenn du möchtest, kannst du mir einen kleinen Kissen geben! Porn-Site? Ich kann nicht! Ich habe eine Frau! Es ist okay! Du bist sehr schön! Es ist okay! Es ist okay! Es ist nur eine Frau! Ich nehme jemanden für dich! Nein! Es ist nur eine Frau! Ich kann nicht! Ich kann nicht! Maria! Ich werde dich missen! Maria! Ich werde dich missen! Ich werde dich missen! Okay! L-O-T! Ich glaube 6-7 Stunden oder so, Alter! Ich hoffe! Ich habe gar keinen Chat mehr, Alter! Ich weiß nicht, dass es abgeht heute! Sieben? Aber nicht siebenklatt, oder? Wenn da irgendeiner donated hat oder so! Vielen lieben Dank, Leute! Siebenklatt ist doch Lüge! Vielen, vielen, vielen lieben Dank! Niemals siebenklatt! Die lügen doch, Alter! Siebenklatt? Der Stream ist aus! Wie? Dein Stream ist aus! Wo ist denn mein Stream aus? Nein! Der Stream ist nicht aus! Warum ist der denn aus? Nee! Warum ist der aus? Der ist doch an! Der ist doch an! Der hat nachher! Der ist doch an! Digger! Das muss aber alle sein! Wir sind doch unten, Herr Mark! Hallo? Wir sind doch unten! Hallo? Das sind doch denn in TukTuk! Alter, ich komme nicht klar! Der wartet die ganze Zeit, Alter! Der wartet einfach die ganze Zeit! Sitz da! Sitz da! Und guckt! Der sitzt da! Ja, sicher. Und der weiß nicht wohin? We sit here with the taxi driver. The tuk-tuk driver we sit. Yeah, he come with us. Yes. But he didn't want to have sex with 10.000 baht. He come with us. Jetzt gib mir den Arsch voll, Junge. Zeig uns alles. Deep in the ass. Give it here. Yes. What? Nee, Grave, mach nochmal an. Was soll denn das? Hat er immer noch nicht angemacht. Wann macht er denn hier nicht? Abnehm mal. Wir bleiben hier sitzen, Alter. Ah, five minutes. Wir sitzen hier noch und kuscheln ein bisschen. Deep in the ass. For what? Turn down for what? Der denkt sich ja auch, warum steckt der nicht aus? Ich glaube, gerade werden wir uns verprügeln. Oh, Digga, ich hab Angst, Alter. Ich hab auch ein bisschen Angst. Ich hab richtig Angst, Alter. Ich hab auch ein bisschen Angst. Ich muss echt pissen. Kann ich bei dir pissen gehen, oder was? Mein Zoom ist eh raus, Alter. Okay, wir laufen. Wir wollen eigentlich Fahrstuhl fahren. Aber wir sind nur im zweiten Stock. Wir gucken uns grad an. Sie gibt ja mein Handy wieder. Das ist wie eine Verfolgungsjagd. Das ist wie eine Verfolgungsjagd. Wen? Das ist die gleiche. Du gehst nach vorne, aber du schaust nach hinten. Oh Mann, ich dachte, geh nochmal irgendwo hin. Bist du fertig? Wie fertig? Ja, ja, ja. Ja, dann mach noch mehr. Ja. Nee, ich hab die schon heimgeschickt. Wie? Die ist gar nicht mehr da? Nee, das Ding ist, ihre Mutter hat sie angerufen. Ach so. Da hab ich gesagt, geh lieber. Ist besser. Scheiße. Aber das ist ja okay. Wir warten ja lange genug Zeit. Die Mutter ist immer problematisch. Ja, wir warten ja lange genug Zeit und alles gut. Schönen Siem. Schönen Siem. Hi. Schönen Siem. Dass her wie. Ich bin ja jubeliger – Worte. Fönen Siem. Jetzt bin ich ja nicht. Eine Sache bin ich. Das ist, was ich glaube, hier bin ich. Da ist gearing. Ich bin ich, oder? Ich bin ja nicht ganz normal.